Heute ist ein guter Tag für Freiheit und Vielfalt in diesem Land. Wir schaffen ein neues Selbstbestimmungsgesetz und lösen damit endlich das diskriminierende, aber vor allen Dingen völlig veraltete transsexuellen Gesetz ab. Wir garantieren damit freie Persönlichkeitsentfaltung, Schutz der Privatsphäre, aber vor allen Dingen auch Schutz vor Diskriminierung, so wie es unser Grundgesetz vorsieht, endlich für alle Menschen in diesem Land. Und damit schafft die Bundesregierung endlich den Rechtsrahmen, den wir für eine freie, vielfältige und moderne Gesellschaft brauchen.